1959, im thüringischen Buttstädt geboren, absolvierte Thomas Krüger zunächst eine Ausbildung zum Facharbeiter für Plast- und Elastverarbeitung. Danach studierte er evangelische Theologie und war anschließend in Eisenach und Berlin als Vicar tätig. 1989 gehörte er zu den Mitgründern der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Nach dem Mauerfall hat Thomas Krüger die Grenze nach West-Berlin ganz bewusst am Checkpoint Charlie überschritten, weil er genau diesen Ausreisestempel im Pass haben wollte. In Ost-Berlin war er vom 11. bis 24. Januar 1991 der letzte kommissarische Oberbürgermeister. Danach war er bis 1994 Senator für Familie und Jugend in Berlin und von 1994 bis 1998 Mitglied des Bundestages in Bonn. Seit dem Jahr 2000 ist Thomas Krüger Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. An einem Mittwoch, den 3. Oktober 1990, wurde die deutsche Wiedervereinigung mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland vollendet. Wie veränderte sich Ihr Arbeitsalltag vom 2. zum 4. Oktober? Die Zäsur in meinem Arbeitsalltag fand schon am 1. Oktober statt. Ich war nämlich in Ost-Berlin seinerzeit stellvertretender Oberbürgermeister und Stadtrat für Inneres. Und als solcher waren wir für die Sicherheit zuständig, gemeinsam mit dem West-Berliner Senat. Und die Polizeihoheit ist schon am 1. Oktober auf den Berliner Senat übergegangen, sodass wir die Sicherheitsfragen als Gesamtberliner Landesregierung von Ost und West managen konnten. Das war eine große Herausforderung. Und von da an ging es sozusagen eigentlich so weiter wie vorher mit 16 Stundentagen. Kein Deut anders nach dem 3. Oktober als vor dem 3. Oktober. Es waren Tage, an denen ganze Jahre vergingen. Die Veränderung, die friedliche Revolution hat unser Leben vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das war eine Herausforderung für alle Beteiligten. Und viele erinnern sich gerne an die Euphorie der damaligen Tage. In welcher Form waren US-Militär und Verwaltung in die Ausgestaltung der Vereinigung der beiden Stadthälften noch einbezogen? Berlin war ja unter dem Vier-Mächte-Abkommen aufgeteilt. Ost-Berlin unterstand der sowjetischen Administration, währenddessen die Westalliierten für West-Berlin zuständig waren. Ich hatte insofern eigentlich nur freundschaftliche Kontakte bei Empfängen in West-Berlin mit den amerikanischen Militärs. Und meine Gesprächspartner saßen in der sowjetischen Botschaft unter den Linden. Eine jahrelange Verbundenheit stärkte gerade in West-Berlin das freundschaftliche Verhältnis zu den USA. Welche Veränderungen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Berlin und den USA haben Sie in der Folge auf politischer Ebene wahrgenommen? Also für mich war eigentlich die USA die treibende Kraft unter den Vier-Mächten, die die Vereinigungsprozesse unterstützt haben. Sowohl in Berlin als auch bundesweit. Und ich konnte auf eine alte Freundschaft zurückgreifen, die mir dabei zugute kam. Ein Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Ost-Berlin, Walter Andrew Sitchin, war ein guter Freund. Ich war Anfang der 80er Jahre oft bei ihm zu Besuch, habe sogar Babysitting bei seinen Kindern gemacht hier in der Leipziger Straße. Wir haben uns ausgetauscht. Er war ein alter Woodstock-Veteran und das war natürlich auch unsere Musik, die wir geteilt haben. Und er ist mir 1990 dann wieder über den Weg gelaufen als Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Bonn. Und wir haben seinerzeit relativ früh Gespräche über das geplante 2-plus-4-Abkommen geführt. Er hat sich so vorgetastet und er sozusagen sondiert, wie denn die Idee ankam bei Ost-Berliner Bürgerrechtlern, bei Leuten, die eben in der neuen Verantwortung standen. Und wir haben uns dabei ausgetauscht und sind sehr schnell auf den Punkt gekommen. Die Amerikaner waren eigentlich, wenn man so will, für uns in Ost-Berlin, auch in der Bürgerrechtsbewegung, so das große Synonym der Freiheit. Also für mich kann man fast sagen, dass viele Ost-Berliner eher Transatlantiker waren, als der deutschen Einheit zugewandt. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir als Bürgerrechtler zunächst erstmal für eine demokratische DDR gestritten haben und nicht für die Wiedervereinigung. Die kam erst später dazu, durch die Straße, durch die allgemeinen politischen Entwicklungen. Welche Folgen haben Sie auf persönlicher Ebene wahrgenommen? Ich hatte Kontakte zu vielen Protagonisten damals, die heute auch zum Teil wieder in Deutschland sind. Ein anderer guter Bekannter von mir ist J.D. Bindernagel, der die Kennedy-Professur in Bonn hat. Wir haben natürlich, als wir uns wiedergesehen haben vor einigen Jahren, angeknüpft an die gemeinsamen Erfahrungen. Und ich glaube, dass diese Verbundenheit zwischen denjenigen, die den Einigungsprozess erlebt haben und den Bürgerrechtlern eine unverbrüchliche ist. Eine, die ein Leben lang Bestand hat und Bestand hält. Und wir waren natürlich auch motiviert, Kontakte zwischen Jugendlichen zu knüpfen, sehr aufgeschlossen für das jeweils andere Land zu sein. Ich habe als Jugendsenator von 1991 bis 1994 sehr viel an transatlantischem Jugendaustausch zwischen Berlin und den USA versucht anzuregen. Die USA haben mich eingeladen 1995 zu einem Young Leadership Programm und ich konnte die USA selber kennenlernen und dabei auch begreifen, dass die USA viele Gesichter hat. Welche Erwartungen hatten Sie im Hinblick auf die weitere Entwicklung dieser Berlin-amerikanischen Freundschaft? Also für mich war die Frage Anfang der 90er Jahre, wie halten eigentlich die Kontakte, die zu Zeiten des Kalten Krieges geknüpft worden sind, über die Zeit hinaus? Und das traf ja nicht nur auf die USA, sondern auch auf die anderen Westalliierten zu, die sehr viel an menschlichen Kontakten geknüpft hatten, die regelmäßige Feste organisiert haben in der Stadt. Und für mich ist deshalb die Fortsetzung dieses Geistes der Solidarität gegenüber Berlin eigentlich ein wichtiges Zeichen gewesen, was man versucht hat, an die nächste Generation weiterzugeben. Und welche Erwartungen und Wünsche haben Sie heute an diese Verbindung? Ich gebe ehrlich gesagt zu, dass ich die USA heute nicht immer verstehe. Aber ich verstehe die unterschiedlichen Dimensionen dieses Landes, auch die Unzufriedenheit eines Teils der Bevölkerung der USA, die sich abgehängt fühlt und deshalb eine Politik präferiert, die mir eher fremd ist. Aber der Blick auf die USA richtet sich ja nicht aus an einer ganz bestimmten Gruppe in diesem Land, sondern der Blick geht immer auf das ganze Land. Und das ganze Land erlebe ich eben sehr vielfältig, sehr bunt und sehr aktiv. Immer lautstark, wenn es um die eigenen Interessen geht. Und was mich besonders beeindruckt ist, dass die USA als Land sich immer neu erfinden. Und das mit einer Kraft und mit einer Wucht, dass man nur sagen kann, Hallo, ein bisschen davon wäre auch ganz gut in Deutschland. Welche Geschichte verbirgt sich in dem von Ihnen ausgewählten Foto? Vielleicht nehmen Sie es nochmal. Auf diesem Foto sieht man Christine Bergmann, die spätere Jugend- und Familienministerin und mich. Wir tanzen, und zwar tanzen wir beim Vereinigungsparteitag der Berliner SPD, der im Herbst, im September 1990 stattgefunden hat. Und damals sind Christine Bergmann und ich zu stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden. Und für mich war die Westberliner SPD immer etwas, was ich beobachten konnte im Fernsehen. Weil die Partei Willy Brandts war die Partei, die sich für die große Brücke auch in die USA eingesetzt hat. Unvergessen die gemeinsame Fahrt von John F. Kennedy und von Willy Brandt durch Westberlin mit dem legendären Satz, ich bin ein Berliner, hat er sich in die Herzen der Berliner eingeschrieben. Meine Mutter war Westberlinerin. Sie ist meinem Vater in den Osten hinterhergereist aus Liebe und freute sich natürlich umso mehr, dass ihr Sohn jetzt Teil dieser Berliner SPD geworden ist, die sie noch in Form von Willy Brandts Partei in Erinnerung hatte. Und Christine Bergmann und ich, wir sind eben als Teil der Ostberliner SPD, Teil der Gesamtberliner SPD geworden. Und das war einfach die pure Freude und die hat zum großen Tanz geführt. Und natürlich haben wir dann alle Partner getauscht und auch mit den Westberliner Sozis ordentlich einen Walzer getanzt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!